Herzlich willkommen bei der Firma ProHandling. Ich begrüße Sie heute zu einem neuen Produktvideo und Sie werden sich wahrscheinlich wundern, wo meine Arme hier befestigt sind. Das ist ein Exoskelett. Das Exoskelett soll entweder Sie oder Ihre Mitarbeiter beim Arbeiten entlasten und dieses ist speziell für Arbeiten vor der Brust. Normalerweise die meisten Exoskelette, die es gibt, wie wir ja auch haben, schon im vorherigen Video gesehen, ist für Überkopfarbeiten. Das heißt, wenn man die ganze Zeit in so einer Position ist. Dieses hier ist aber speziell für Arbeiten vor der Brust gedacht, weil oftmals, gerade im Stahlbau oder Lackierereien oder was auch immer Sie machen, gibt es oftmals Positionen, in denen man arbeiten muss, wo man lange ein Werkzeug vor der Brust hält und was dann natürlich auch auf die Schultern und auf den Rücken geht. Hier, diese Arme sind speziell so ausgerichtet, dass Sie mich hier am Unterarm unterstützen. Ich kann meinen Unterarm hier drauflegen, wenn ich Gewicht in der Hand habe und das anfallende Gewicht wird über diese Arme hier auf mein Becken abgeleitet. Ich habe hier wieder, wie bei dem anderen Exoskelett, den Bauchgurt und hinten ein stabiles Rückenpolster. Mit dem Exoskelett kann ich jetzt auch lange in einer unangenehmen Position, wie beispielsweise vor der Brust, arbeiten, ohne dass es für meinen Körper anstrengend wird. Also ich bin jetzt hier komplett frei. Der Arm nimmt das Gewicht auf. Der Druck des Arms kann auch wieder eingestellt werden. Dieser ist ein bisschen leichter. Hier muss ich mehr halten. Hier drüben bei dem anderen. Ich mache jetzt hier fast gar nichts mit eigener Körperkraft. Dieser Stützarm nimmt das gesamte Gewicht auf und ich halte einfach nur den Winkelschleifer fest. Falls Sie noch Fragen zu einem Exoskelett haben, dieses gerne mal testen wollen oder direkt kaufen wollen, schreiben Sie uns gerne. Unter dem Video finden Sie wieder unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße von ProHandling.